Musik 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 Herein! Haben Sie kurz Zeit, Chef? Was gibt's denn? Also, wir hatten ja Ihnen schon den ersten Entwurf zur Schmetterlingsidee geschickt und der ist nun fast fertig und jetzt bräuchten wir nur noch eine Unterschrift Wann habe ich das erlaubt? Naja, Sie waren so beschäftigt mit dem Erfinden des Anklopfens Na, da muss ich auch noch mal ran Ja, da dachten wir, wir helfen ein bisschen mit und ähm Ja, was habe ich denn damals zum Thema Schmetterlingsidee gesagt? Hm? Sie haben gesagt, die Idee wäre schwul und langweilig und was für eine schwulen Kacke ist das denn? Wer hat euch denn ins Gehirn geschissen? Ja, okay, und da haben Sie jetzt einen neuen Entwurf gemacht? Ja, komm, zeigen Sie mal Ist ja vielleicht ganz süß Oh Gott, also das Das wäre der Oh, nee, oder? Nee, nee, das ist, das funktioniert so noch nicht Das brauchen wir, da müssen wir noch mal Uiuiuiui, da müssen wir noch mal ran Da müssen wir noch mal ran Und die haben so Rompeln Oder so Rauplein Raupen, Raupen, Raupen Raupen, ja, Raupen Raupen, das ist, oder? Ja, und Raupen So kleine hässliche Würste Und aus denen entwickeln sich dann erst Schmetterlinge So, und ähm Machen wir, dass die Schmetterlinge auch mal nicht so lange leben Oder so, dass die, dass die länger Raupe sind als Schmetterlinge Oder? Ja Aber... Nee, nur so funktioniert das Okay Ja Aber... Mach auch noch mal so ein paar Mach auch noch so ein paar langweilige Schmetterlinge Oder? Ja Damit die... Damit die... Stell dir mal vor, wie die Enttäuscht die Raupen sind Wenn sie merken, dass die nur so ein langweiliger Gelber Standard Schmetterling sind Das... Das ist geil! Das ist gut! Das ist gut! Genau Ich verstehe nur nicht ganz, wie das jetzt die Schmetterlinge besser macht Weil... Also... Verstehen sie nicht? Verstehen sie nicht? Hm Wer sind ja auch nicht allmächtig? Nee Nee, komm Machen wir einfach mal so ein paar Entwürfe von der... Der... Version, wie ich jetzt gerade gesagt hab Und... Dann schauen wir weiter Machen wir erstmal so... 150.000 100... 150.000? Ja, dann können wir immer noch gucken, welche Idee besser ist dann Und... Und sie sind sicher, dass sie 150.000 brauchen? Ja, klar! Jo! Nee, dann kann man ja die... Die kann man ja auch so aufspießen und sammeln und tauschen und so Oder? Das ist doch geil! 150.000! Machen sie mal bis morgen Mittag Mittag? Was heißt? Fuck, die Tageszeiten Die wollte ich eigentlich schon vor zwei Tagen machen Tage? Stich... Machen sie einfach... Machen sie einfach so schnell wie es geht Ciaoi! Tür! Ja! Gute Arbeit! Originals! Wur traject! Das ist doch... Artikel! Das ist doch die Stadt! Das ist doch auch beim 3 kuchen! Zum Wchenken! Und das ist doch auch femininlang. Das ist doch nicht so, wenn man sie es oder nicht auf geht! Untertitelung des ZDF, 2020